Heute wollen wir mit einem Mythos aufräumen. Und zwar, vegan sein bedeutet verzichten. Das stimmt so nicht. Wer sich vegan ernährt, kann ganz viele neue Rezepte ausprobieren, neue Produkte kennenlernen und extrem viel Abwechslung in seinen Speisenplan bringen. Mittlerweile gibt es praktisch für jedes Produkt eine vegane Alternative, sodass du auf absolut nichts verzichten musst. Es gibt vegane Schinkengipfeli, veganes Rührei, veganen Käse und auch von Fleisch findest du ganz viele verschiedene Alternativen. Viele Lebensmittel sind schon von Grund auf vergangen. Diese solltest du zur Basis als Kochen immer auf Vorrat haben, wie zum Beispiel Getreide, Hülsenfrüchte und Gemüse. Und dann gibt es noch Produkte, die überraschenderweise vegan sind, wie zum Beispiel Oreos und viele Arten von Blätterteig.